feierabendzigarette kurzes video nur zur information was vergaser revision und und vergaser jamaa betrifft hauptsächlich einmal wie gesagt xjr v max also ich kaufe auch durchaus vergaser batterien jeglicher xjr 4pu rp02 rp06 rp10 an und auch von v max falls ihr da also mal was habt sage ich mal kein moped mehr oder moped schrott und ihr wollt das in teilen verkaufen vergaser batterien könnte man immer gerne anbieten ihr müsst ihr allerdings einschicken ich muss einmal drüber gucken inwiefern die ja damit ich in den restwert oder den wert den nicht bereit bin dafür zu bezahlen einschätzen kann das geht halt nur wenn ich das alles in augenschein nehmen kann wie soll ich sagen schön wäre halt immer wenn die gehäuse ziemlich taco sind damit ihn nach dem ultraschallreinigen auch praktisch wie neu aussehen wenn die zu sehr verwahrt sind dann habe ich kein interesse also wenn das jetzt sage ich mal nach dem reinigen immer noch scheiße aussehen wird dann nicht schicken könnte es mir trotzdem wenn er meint ihr könnt das nicht so genau beurteilen was ich jetzt nehmen will und was nicht dann kriegt das halt wenn ich es ja nicht haben will einfach zurück gesendet und ansonsten können wir uns wahrscheinlich einig werden es ist so ja je nach zustand würde ich für eine vergaser batterie 200 250 etwa wäre es mit mehr wert in den meisten fällen denke ich aber wie gesagt hängt immer davon ab wie die zustehen ich müsste mir einmal angucken und dann würde ich das entscheiden und danach müssen wir das klar machen entweder nehme ich sie dann und ihr kriegt die kohle oder eben ich sende es euch zurück falls es mir zu schlecht erscheint für mich als basis ja das wärs eigentlich mehr wollte ich in dem video gar nicht sagen bis dann bei beide dirkwas ja das ist mir geht es 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 mir geht